Ja hallo, mein Name ist Andreas Fritz und willkommen zurück bei Cities Skylines und meiner Stadt an der Küste. Im letzten Video hatte ich ja hier kleine Probleme, da habe ich jetzt hier mal das geändert und dieses Autobahnkreuz gebaut. So, und das funktioniert jetzt, also die Leute, die jetzt hier in der Stadt wohnen, können direkt über die Straße hier drauf fahren und da gibt es jetzt auch nicht mehr so den Stau. Und ansonsten fahren die ja dann hier hinten so rum. So, okay, dann machen wir aber weiter. Ich sehe gerade, wir haben Müllprobleme. Die Müllverbrennungsanlage muss verbessert werden. Es muss überhaupt erstmal eine gebaut werden, denn wir haben, glaube ich, noch gar keine. So, dann machen wir das doch mal. Jetzt mal gucken, wo ich das hinmauere. Ah. So. Mauer gleich zwei. So. Das sind die alten Strom. So. Das ist ja so. Das ist ja so. Sagen wir uns Okay, dann sollten jetzt hier alle abgeholt werden. Schauen wir nochmal hier, dass das alles funktioniert. Na, aber es funktioniert. Wie man sieht, fahren die hier gleich da hinten. So, aber um das noch ein bisschen zu verbessern, das Problem, oder besser gesagt zu lösen. Wir können ja mal gucken, wo die hier meistens hinfahren. Also der fährt Tourist. Wo denn? Geht nach Gigastore. So. Da waren ja ganz schön viele. So, warte mal, wir haben jetzt hier und da. Machen wir mal hier noch eine durch. So. Und hier eine hin. So. Und jetzt machen wir eine Station. Die fährt da hin. Na. Hm, warte mal. Na doch, die fährt hier. Dort. Zu dem Hafen. Da. So. Und dann wieder zurück. So. Und die fährt quasi einfach nur einmal hier hin. Gehen wir da gleich mal eine neue Farbe. so. Das müsste die sein, genau. Machen wir es so. Und dann t t t t t machen wir noch eine zweite. Oder warte mal. Die ändern wir mal kurz hier. So. Ähm. Ja, die fährt noch hier hin. Ah, oder was? Oder was anders? So. Das weg. Die fährt hier hin. Und da. Na. So. Genau, da und so. Tja. Und jetzt nehmen wir mal noch eine. Die fährt dann hier in das Gebiet. Dann nehmen wir mal. Da. Dort. Hier rein. Da rein. Dort rein. Und dort. Und dann fährt sie wieder zurück. Da. So. Zack. So, gehen wir die auch gleich. noch eine andere Farbe. Und nehmen wir mal so. So. Dann sollten wir das dann. Das Verkehrsproblem vielleicht auch ein bisschen gelöst haben. Und wo sind denn jetzt hier die ganzen. Müllautos. Da ist eins. eins. So. Ach du grüne Neuner. Ah. Da sind ja auch noch welche. Ah. Scheibenkleister. Wasser. Ähm. Warte mal. Kann mir noch. Das kaufen wir mal kurz. Ja. Und dann bauen wir hier noch eine Auffahrt. Für. Die Dinger hier. Da. Mal gleich hier. Den da. Und dann. So. Und dann. Da. 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 Das war. Da. 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 Mal schauen, wie wir das am besten machen. Einmal da, das mal weg, das stört. Und dann machen wir das noch von der anderen Seite. So. Oh, wir pendeln zu steil. Immer noch. Also machen wir eine Brücke. Na, so. 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 Und dann das. Und dann das hier. So. Und immer das. Oh. Ah, dieser Huckel. Und. Ähm. So. Und von da aus. Und dann da. Was. Und dann machen wir das so. Ah, das ist scheiße. So, oops. Duh. So. Hm, theoretisch guck mal ich noch der Ende Richtung bauen. Ähm. Fangen wir das mal so. Und von da. Ja, bereits belegt. Alles mal weg. So. Dann machen wir so. Juuu. So, wie sieht's jetzt hier eigentlich aus mit dem Müll? Weil hier sind wir noch auf dem Verkehr. Dann schau mal kurz, was die hier sagt. Sparte 99, 58. Auch 99. Und das ist immer dieselbe. 92. Na gut. So, dann... Das funktioniert hier. Und dann kümmern wir uns hier mal weiter. Oh, was macht der? 92. 54. Und der hier? 54. Hm. Na ja, geht ja. da. Na ja, vielleicht sollte ich die auch mal irgendwie hier nehmen. Ah, das wird nicht klappen, hm? Na gut, dann ähm... Machen wir mal weiter, denn... Wir haben ja noch Haufen Bedürfnis nach... äh... Was hat die denn vom Vorteil, äh... Steigert die Steine? Ähm... Hier hat die Umweltbelastung... So, erhöhten Strombedarf. Und... Ja. So, dann... Hauen wir hier noch eine Straße rein. So. Zack, zack. 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 Und... Dann mal mehr... Weiter... So. Joa, nochmal... Na ja, das ist ungefähr alles abgedeckt. Dann sagen wir mal hier... Herzindustrie. So. Und dann können wir hier die normale noch bauen, weil da ist, glaube ich, nix. Ne, hier ist nix. So. Was sagt der Strom? Läuft. Oh, wir können ja das schon bauen. Haben wir das sogar schon nicht? 640 Watt. Können wir doch, können wir das hier mitten rein dollern? Ne. Dann... Dann machen wir das anders. Und wir bauen... Das Ding erzeugt keinen Strom. Doch, 32 Watt. Uhu. Und es ist voller Kacke. Dann machen wir unsere Atomkraftwerk... Woanders hin... Das lassen wir mal so, wie es hier ist. Oder was sagt denn ich die Arbeitslosigkeit? 13%... So, Pause. Flauen wir noch zwei Minuten. Dann planen wir... ...hier unser... ...gebiet. Ähm... Wollen wir mal gucken, ob ich irgendwie eine Brücke bauen kann. Nein... Shit. Ähm... ...Mist. Unmatos anders. Oder wir würden kurz... langsamer... ...und wir müssen auch mal bis hier. So da. Oh, das ist auch mal weg. hier auch und den fußweg pfarrer weg wie können wir das ja auch Und jetzt bauen wir hier mal ein Atomkraftwerkpark. Also. Erstmal brauchen wir das da. So, einmal so. Und einmal so. Danach. Ups, fahren wir hier weiter. So. Dü-dü-dü-dü-dü. Machen wir es so. Dann, ähm, ja. Sehen wir dann im nächsten Video, wie es hier weitergeht. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns ja dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und dann, ähm, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020